Hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Filmbewertung von mir und zwar von dem Film Eingeschlossene Gesellschaft. In diesem Film geht es um den verzweifelten Vater, der gespielt wird von Thomas Mertens, der möchte, dass sein Sohn, dem ein Punkt zum Abitur fehlt, diesen ein Punkt bekommt. Was macht er? Er geht ins Lehrerzimmer mit einer Waffe und bedroht die Lehrer, die jetzt und sofort eine Konferenz abholten sollen, dass dieser Junge diesen einen Punkt bekommt. Aber der Lehrer Klaus Engelhardt, gespielt von Justus Donani, weigert sich auf jeden Fall, ihm diesen Punkt zu geben. Aber davon möchte der Vater nichts hören. Es wird jetzt hier und jetzt diese Konferenz abgehalten, ihr habt eine Stunde Zeit und er verzieht sich auch in einen Nebenraum, damit sie ungestört diese Konferenz abhalten können. Ja, die weiteren Schauspieler sind Florian David Fitz, der den Sportlehrer Peter Mertens darstellt. Anke Engelke als wirklich mega böse alte Lehrerin Heidi Lohmann. Boah, also bei der möchte kein Mensch Unterricht haben. Dann Nilam Farouk als Referendarin Sarah Schuster. Tobias Leubel, der gutmütige Holger Arndt und Torben Kessler, der Physiklehrer Bernd Vogel. Die stellen jetzt alle ein paar Tische zusammen und machen eine Konferenz. Aber irgendwie wird über vieles geredet, aber eigentlich weniger um den einen Punkt, was mehr und mehr sich da herauskristallisiert. Dieser Film lebt von Dialogen. Vergesst Spezialeffekte, vergesst CGI oder sowohl. Das werdet ihr alles in diesem Film nicht haben. Der Film ist einfach mehr auf Dialoge ausgelegt. Wirklich schön krasser Punchline-Humor, muss ich wirklich sagen. Und Anke Engelke und Justus von Donani, die spielen wirklich Lehrer. Wirklich so oldschool, wirklich so alt und auch so, ähm, Es muss alles so bleiben, wie es ist und es darf auch kein Millimeter abgerückt werden vom Feinsten. Vom Feinsten. Also ich hatte Spaß gehabt im Kino ohne Ende. Wer mir auch positiv aufgefallen ist und wem ich das erste Mal überhaupt gesehen habe, war diese Nilam Farouk. Ich weiß nicht, wo die sonst irgendwo ist. Die hatte wirklich auch sehr charismatische Momente, wo sie noch sehr krass mit ihrer Mimik gespielt hat. Wo ich sagte, oh, die junge Dame hat Potenzial im Business. So weit, so gut. Also dieser Film ist wirklich mega lustig und, ey, den müsst ihr euch ansehen. Da gibt es eine ganz klare Anguckempfehlung von mir. Definitiv. Also auch so dieses ganze Drumherum. Es spielt sich wirklich alles so in diesem Klassenzimmer ab, wo ich wirklich sagen muss, also viel wird der Film jetzt wahrscheinlich nicht gekostet haben. Also wird der Film wahrscheinlich für deutsche Verhältnisse schon recht erfolgreich sein. Aber was ihr da rausgeholt habt, was ihr da rausgeholt habt, mega, mega. Also auch die Sprüche, also wo selbst ich sagen musste, wow, das habt ihr jetzt gerade wirklich gesagt, sehr interessant. Also wirklich cool. Von daher, ich habe auch nichts Negatives gefunden, ich muss sagen. Also klar ist das, man muss solche Filme mögen einfach, wo es nur auf Dialoge ankommt, wo es dann auch so ein bisschen mehr um die Charaktere geht und so, wo die Story ja wirklich ruhig ein bisschen einfacher sein darf. Also das muss man halt mögen. Aber wenn man das mag und auch den Humor mag, diesen richtigen Punchline-Humor, dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, muss man den Film, so wie er ist, weil für das, was er ist, ist er wirklich super, die volle Punktzahl geben. Ey, ich habe da echt Spaß gehabt ohne Ende. Aber wie gesagt, man muss solche Filme mögen, wo es wirklich nur auf Dialoge ankommt und nicht auf Action, CGI, dies und das und so. Wir haben wirklich ein ganz einfach, simpler, gedrehter Film mit guten Dialogen, mit guten Schauspielern und einfach mit interessanten Punchline-Humor, wo man sagen kann, yo, das habt ihr gesagt, geil. Ja, was nächste Woche erwartet, weiß ich noch gar nicht. Da muss ich mal gucken. Aber ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Nutzt einfach mein Instagram und meine Facebook-Accounts, da werdet ihr immer auf den Laufenden gehalten. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch schöne Ostern. Der Osterhasen hat es euch ermöglicht, dass ihr dieses Video schon am Ostersonntag in eurem Osternest habt. Von daher, bedankt euch beim Osterhasen und ich wünsche euch noch schöne Ostern. Bis dann!